Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. Beim letzten Mal hatte ich ja die Chevrolet Camaro SS. Und ich fände jetzt langsam mal eins interessant. Anscheinend hat sich jetzt wieder eine neue Tradition aufgebaut. Also entweder tue ich beim ersten Versuch mein Fahrzeug zu zerstören, dass ich dann entweder mitsterbe oder sonstige spaßige Sachen oder ich kriege ganz einfach einen Crash. Und wisst ihr, was noch viel besser ist? Ich wollte ja eigentlich den Ford Mustang Mach 1 nehmen, weil dieses Fahrzeug liegt wirklich wie ein Brett auf der Straße, zugegeben. Ich habe noch nie ein Brett auf der Straße gefahren, aber nur in der Wohnung, versteht sich. Nein, Peggy, Fatsch, 2 Punkt und ja. Einziges Problem nur, ich weiß jetzt nicht mehr, mit welchem Fahrzeug ich es jetzt habe. Und wenn ich dieses Fahrzeug finde, weiß ich nicht den originalen Namen. Und das sind so diese Probleme, die mich gerade eben begleiten mit dem Ford Mustang Mach 1. Und theoretisch hätte ich es ja beim Safe Power Safe House parken können. Aber nein, das ist wirklich zu einfach. Aber ich habe jetzt dieses Mal den Toyota Corolla. Und auch noch mit Unterstützung, weil stundigweise das habe ich jetzt ziemlich oft vergessen. Ja, ich habe mir doch schon fast gedacht, dass sowas fehlt. Und ich hoffe ja mal, dass ich mit diesem Fahrzeug irgendwo in der Nähe hinkomme von dem Ziel, was ich jetzt weniger denke. Aber okay, mein Ziel ist dieses Mal das Drip Club. Keine Sorge, nicht dieser Weg, weil der wäre jetzt schon wirklich zu kurz. Nein, sondern meine Aufgabe ist es jetzt erstmal, hier irgendwie runter zu geiern, hier über diese Brücke zu kommen, was auch manchmal ein Weltwunder ist, hier wieder hochzufahren und hier diese Brücke zu überqueren. Und deswegen hat auch diese Route zumindest da oben auch den Namen Bitch Route. Ich weiß, wie original, aber trotzdem. Aber jetzt erstmal, wundert euch nicht, ich muss jetzt nur mal nachgucken, wie das Fahrzeug heißt, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gedacht, dass das Fahrzeug anders ist und nicht Toyota Corolla. Okay, 3, 2, 1, 0. So, schon viel mehr. Ah, ja, nicht vergessen. Nicht in First Person fahren, nicht gut. Und nicht so viele Passanten überfahren. Obwohl, ich meine, wenigstens überfahre ich dann gar keine Autos, was jetzt auch ein bisschen schwierig sein könnte, weil ich nicht direkt einen Monster Truck oder einen Panzer habe. Ach, Nevermind. Was zum Teufel. Ah, Bruce, du hast es in einem richtigen Moment eingeschlagen. Ich dachte, das kommt wegen der Ampel. Aber ich glaube, ich biege dann sofort links ab. Weil es ist nicht gut, wenn ich zu weit, ähm, ja jetzt rechts war. Auf der Map wäre es jetzt links. Wisst ihr was? Es ist jetzt auch wirklich egal. Aufpassen. Das würde helfen. Nein, 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 nein. Es ist wirklich so schwierig, mich vorbeizulassen. Ich kann es wirklich verstehen. Wow, Brucey, du hast aber lange gehalten. Ey. Ja, Leute, tut mir wirklich leid, aber ich wurde klein wenig zu einem Sardisten in diesem Spiel. Zwei Einschusslöcher. Irgendwie hat sich jetzt hier hinten das gelöst. Ich weiß nicht mal wie. Und währenddessen fahre ich natürlich auf andere Fahrzeuge drauf. Scheiße. Brucey, du hast mich abgelenkt. Das war Mies von dir. Auch wenn er jetzt tot ist, aber trotzdem, er hat mich abgelenkt. Wo zum Teufel ist das eigentlich die Brücke? Okay. Eins, zwei. Bei der zweiten natürlich raus. Meisterleistung, wie du das hast. Obwohl, doch, gute Meisterleistung. Ich hasse gerade eben hier die Taxis in diesem Spiel. Ich bin weg. Oh Gott. Ich mag es nicht, dass sie mich treffen, aber zum Glück haben sie... Ey. Nicht mit gleicher Geschwindigkeit in der Erf... Oh Gott. Ja, ja. Einen Platten. Den habe ich ja wirklich gebraucht. Ey. Der hätte es früher aus dem Weg gehen sollen. Scheiße. Nein. 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 Hallo Officer. Ich wollte ja nichts machen. Zum Glück nimmt er jetzt seinen Tod von dem Kollegen nicht so ernst, weil sonst hätte ich jetzt ein ziemliches Problem gehabt. Aber okay. Also Leute. Bis gleich. So, Leute. Willkommen zurück. Ich habe mir jetzt gedacht, weil wir ja ganz theoretischerweise die Brücke schon geschafft haben, dass ich jetzt diesen Weg klein wenig verkürze und zwar, dass ich jetzt über diese Brücke hier fahre. Weil ich habe jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich mit dem Fahrzeug stecken bleibe. Ich habe damit zwar gerechnet, dass ein Taxi kommen wird und mir den ganzen Weg blockieren wird, aber dass ich stecken bleibe. Äh. Wegen dem Van. Das kommt aber auch, du sagst, selten vor. Glaube ich. Und vor allem hoffe ich es auch. Aber okay. Drei, zwei, eins, null. Und ich habe auch ausdrücklich noch vier gedrückt. Nun ja. Kann passieren, schätze ich mal. Oh, Brucey. Wie konnte ich nur ihn vergessen? Lalalala. Brucey. 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 FBI. Scheiße. Okay. Tut mir leid, Brucey. Ich muss weg. Oh, Mann. Es tut mir wirklich leid für ein Brucey. Und vor allen Dingen will ich das ganze Zeit hochsagen. Halleluja. Okay. Tut mir leid, aber trotzdem. Halleluja. Polizei. Das ist echt eine Meisterleistung von denen, wie ich so nur auf Taxis drauf fahre. Oh Gott. Nein. Okay. Schon drüber. Und ein Crash bekommen. Okay. Ich sehe jetzt schon langsam, was er zu spielen macht. Und ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan davon bin. Also, Leute. Bis gleich. Oh, hey, Leute. Willkommen zurück. Also. Das hat sich jetzt noch wettentwickelt. Und zwar. Jetzt beim ersten Versuch bin ich gestorben. Beim zweiten kriege ich einen Crash. Es kann jetzt nur noch getoppt werden, indem ich jetzt auf dem Fahrzeug ganz heftig drauf fahre, rausfliege und danach verreckt, weil ich ein Polizeifahrzeug über mich drüber fahre. Oder drüber driftet oder slideet. Wie auch immer. Aber okay. Jetzt heißt es mal wieder. Drei. Zwei. Eins. Null. Oh Gott. Polizei. Bitte tut mir einfach nur den Gefallen und verursacht kein Crash. Goddammit. Tut mir leid. Aber ich sehe gerade eben alles, was hier rüber rennt, als Ziel an. Ich weiß, es ist eine dumme Einstellung. Und das mache ich nicht im echten Leben. Aber trotzdem. Das ist irgendwie nett. Solange man nicht selber so überfahren wird. Aber das war ja dann irgendwie karma oder ironisch. Je nachdem. Aber okay. Jetzt heißt es erstmal voll krass rüber driften. Voll krass. Oh Mann. Also. Ich muss ja zugeben. Wow. Das sind die wirklich perfekt reingeschossen. Au. Hey. Wie geht es dazu? Oh scheiße. Sofort verpissen. Sofort verpissen. Also erstens nice, wie sie die Lichter rausgeknallt haben. Und zweitens. Ich muss ja eins zugeben. Und ich glaube, das wissen jetzt auch schon einige. Aber GTA 4 und Driften. Und ich und Driften waren noch nie so großartig Freunde. Aber ich muss ja eins zugeben. Bei Grid 1, da konnte ich ja nicht ziemlich gut driften. Vielleicht lag es daran, weil es ziemlich Arcade mäßig war. Und das ist jetzt mal wieder hier. Ja. Keine Ahnung. Mir fällt das Wort gerade eben nicht ein. Aber auf jeden Fall. Grid 1. Immer die B-Taste draufhämmen. Und ich rede jetzt gerade von dem Xbox 360 Controller. Dann klappt es. Also. Ich glaube, das waren jetzt alles hier Pistolenschüsse, die hinten reingeflogen sind. Wow. Die Höchstgeschwindigkeit. Oh Mann. Aber wenigstens fährt es sich so richtig komisch wie dieser Peugeot 308. Zumindest der Mod. A.K.A. Handling Line von dem Fahrzeug. Weil das war wirklich schrecklich. Weil jedes Mal, wenn man gestartet hat. Oder ist. Je nachdem. Ist das Fahrzeug, glaube ich, jedes Mal ein bisschen zu seitlich losgegangen. Und man hat da so eine richtig lange Linie hinterlassen. Deutsch. Bitte komm einfach wieder zurück. Die vermisse ich. Ich meine, die hatten mich. Ja. Ich sollte vielleicht denen nicht Tipps geben. Aber die hätten mir locker den Weg hundertprozentig gut vorsperren können. Und ich hätte nichts dagegen machen. Ey. Okay. Ein Taxi ist schon mal davor. Aber. Nun ja. Mach nicht direkt viel. Einfach zurückschießen. Auch wenn man nichts trifft. Aber dass man die KI glaube ich nicht ablenkt. Warte es. War das eine Schrotflinde? Oder hat er einfach nur eine KI ziemlich krass draufgeschossen? Oder Polizei? Ja. Gucken muss ich hin. Scheiße. Nein. 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 Mein Fahrzeug brennt. Okay. Obwohl. Ich wollte eigentlich gar nichts toppen um ein Pferd zu sein. Raus. 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 Oh Gott. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst. Dass mir ein Polizeifahrzeug reinfährt. Oh. Aber okay. Dadurch, dass das Ziel noch nicht erreicht wurde. Schätze ich mal. Wieder mal. Bis gleich. Das war doch einfach gerade eben wunderbar. Aber okay. Jetzt heißt es mal wieder. Und hoffentlich jetzt zum letzten Mal. Drei. Zwei. Eins. Null. Und ich hab's so. Ja. Ne. Warte mal. Zum Glück keine Straßensperre. Ich wollte schon einen Herzinfarkt kriegen. Oh Mann. Auch wenn ich jetzt mit ein bisschen mehr Leben reingefahren wäre. Und auch mit mehr Leben von meinem Fahrzeug. Und das Problem ist allerdings nur, dass ich gerade eben extrem besorfen fahr. Und zweitens. Ich fahr nicht mit richtiger Geschwindigkeit. Geschwindigkeit gerade eben rum. Und das heißt. Ich bin ein verdammtes, gutes Ziel. Oh Gott. Ja, das mit dieser. Warum hab ich jetzt schon wieder den Namen vergessen? Na scheiß drauf. Einfach rauspringen. Lalalala. Weißt du was, Leute? Fuck it. Das Strip Club wird heute nicht reicher durch mich. Und zwar reicher durch 1200 Dollar. Weil das ja in diesem Spiel so viel ist. Aber okay. Also Leute. Das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA 4. Tut mir leid, dass ich jetzt diese Route nicht fertig gemacht habe. Aber wenn ich jetzt noch ein... Obwohl. Nein, nein. Ich würd's jetzt nicht machen, okay? Ich würd mich jetzt nicht nochmal drehen und von der FIB abgeknallt werden. Auch wenn's nicht irgendwie interessant anhört. Aber trotzdem. Auch wenn das Strip Club glät da vorne ist. Aber trotzdem. Nein. Niemals. Okay, vielleicht doch. Da, 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 da. So, jetzt tun wir mal, dass ich hier eine Stunde rumgefahren bin. Und ich es jetzt ohne, ähm, neuen Versuch geschafft habe. Also Leute, bis später.